Die Vera hat dann auch mit der Fragestellung, wie irgendetwas ginge, schätzt sie sich in. Und sie hat es einmal ganz elegant gelöst, damit wir nicht, oh jetzt mache ich mein Kreuzchen hier und der Nachbar sieht, dass ich jetzt mein Kreuzchen mache, oder? Sie hat immer gesagt, macht euch eine Kreuzchen für euch selber und noch eines für eine Person, die ihr gut kennen wollen. Also ist das völlig entstanden, oder?